Hör mal, letzte Woche waren die neuen Kollegen von Juri da und haben die ihn mitgenommen zum Frühschoppen. Oh mein Gott, wir haben doch gar keine Ahnung von Mode! Juri kommt erst nächsten Tag nach Hause, aber dafür sturzbesoffen. Sag ich, Juri, wenn du so weiter machst, dann kannst du bald zu anonymen Alkoholikern gehen. Sagt er, aber Schatz, du weißt doch, dass ich nicht trinke mit Menschen, die ich nicht kenne. Aber sag mir mal eins, wenn ich bin einmal tot, kannst du dann mit anderen Männern... Sag ich, Juri, du Krischkopf, dafür musst du doch nicht sterben! Böse! Juri, traulich! Ich hätte heiraten sollen Schwamm, wenn zwei Schwäme einmal zusammen, die bleiben ganz lieben. Ja, ja! Und deswegen haben die alle so einen Hals! Idiot... Click mich, click mich, click mich! Yeah! Ja!